Der Vogel ist super. Als ich reingefahren bin, ist er mir in den Gegend geflogen. Fünf Tage. Entschuldigung. Vorher habe ich mich auch noch gewusst, als ich ausgestiegen bin. Wie Majestätisch der Vogel ist. Super. Das war weg. Ich will jetzt noch was essen. Und einen Feiertag genießen. Langs Wochenende damit. Das ist super, wenn das Jahr so anfängt. Das ist doch eine Binde.